Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von ARK-WALHALA! ARK-WALHALA! Halleluja! Ja, mit dabei sind die üblichen Verdächtigen. Nero, Onkel, Revano, Yannick, Jan, Dynamo, äh... Ja, das müsste eigentlich gewesen sein. Hallöchen, Hallöchen! Grüß, grüß! Also ich sterb! Ich sterbe ja! Ich sterbe! Nein! Warum stirbst du denn? Richtig! Was? Können die noch schwimmen? Mit Sicherheit! Onkel, wo bist du? Nur zur Info, bei uns hier hinten in der Ecke gibt's Frösche. Cool! Ja und? Macht doch nix! Nein! Nein! Ein wunderbarer Auftrag! Ach du Kacke! Ich liebe die Spiele! Was hast du denn? Ich hatte 50 Heid oder sowas. Fuck! Wo bist du Nero? Ah! 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 Wo wird unser Sato getämt haben! Okay! Ich hab dich verloren! Geh dann einfach am Wasser weiter lang, Junge! Ich lauf jetzt grad so, dass das Wasser rechts ist! Ich hoffe, ich bin jetzt auch an der Küste! Warte mal! Bleib mal kurz stehen! Ach du kannst doch schon viel weiter gelaufen sein! Haha! Ne! Ich bin ja nicht weiter gelaufen! Ich war ja weiter hinten! Oh! Komm! Ernsthaft! Wer ist nur auf Ease 1 grad gespawnt? Ich bin im Bett gespawnt! Oh! Hier ist ein Ei! Oh! Hier ist ein Ei! So! Das ist ja Onkel, cool! Ein Ei von einem Karbo! Soll das Saku was killt? Was? Hallo! Habt ihr das grad mitgekriegt? Was denn? Ei! Unser Saku wurde gekillt von dem Mega-Piranha! Oh! Wer hatte den gehabt? Hm? Hm? Tja! Hier ist ein Ei! Soll ich es mitbringen? Wie gesagt, ich bin ja gestorben! Ah ja nimm mit! Boah! Das ist ja ein Mega-Ei, Alter! Boah! Das gibt ein Rührei, Alter! Ach, da hinten pimmelt doch einer rum! Wer ist denn das? Oh! Scheiße! Das war sein Ei! Ah! Weg hier! Ja! Er jagt dich! Super Auftakt! Geil! Super! Toll! Und schön, dass ihr übrigens eingeschaltet habt! Wurde aber bei der Zeit! Ihr merkt, es geht nicht alles wieder drüber! Ah! Hier liegt auch ne Leiche! Es hat ein Schild! Es dürfte meine Leiche sein! Die liegt dir! 13 Minuten aus der Zeit! Der Onkel rennt wie ein Alter! Natürlich ist er verfolgt von so nem Fickvieh! Ah! Und wenn sie binnen der anstehenden 13 Minuten ihre Leiche ergattern, dann können sie noch einen Kühlschrank oben drauf gewinnen! Von wegen! Der verfolgt mich immer noch! Guck mal dahinter! Soll der Sarco wirklich tot jetzt oder das? Tatsächlich! Der riecht da ein, Mann! Rennen daheben! Aber wir haben hier ein neues Sarco Level 4! Super! Ich weiß gar nicht, wann man von Dinosaurier wegkommt! Muss das einen Wasser schieben! Das kann doch nicht sein, dass die Sarco von Piranha getötet wird! Die sind wohl auf neutral gestanden! Der verfolgt mich immer noch! Denk mal an die Raptoreneier aus dem Film! Wie weit die hinterher gelaufen sind! Ernsthaft? Da wurde irgendwer von euch in der Nähe angegriffen! Und der wollte hin zum helfen! Aua, 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 Aua! Ja klar! Ich hatte dabei gehabt, oft neutral! Aber der wird ja wohl Piranha packen! Der wird 60! Fick kann doch nichts! Oh! Du Scheißvieh! Verstehst du meine Logik? Ich versteh's nicht ganz! Der Onkel bringt... Eine Schildkröte... Der Henne ist meine Leiche! Ah! Das ist doch Piranha! Ah! Mann! Okay! Ähm! Als nächstes baue ich hier hinten mal ne Brücke über diesen... Verschissen scheiß Fluss! Also ich seh's nicht mehr, der komische Vieh! Okay! So, wenn ich erstmal dat Metall ordentlich in die... In die Bude reinschneiden... Heißvieh ey! Ich will mein... Ich will mein Zeug wieder haben! Dein Zeug... Genas! Ich bräuchte mal Hilfe! Ja, ich weiß nicht wo du bist! Äh... Von unserem Haus aus! Rechts am Strand lang! Dann... Ne? Weiß Bescheid! Ich bin hier bei so ein paar Steinen! Ja, was ist da? Was brauchst du Hilfe? Mein Zeug! Licht im Wasser! Und wird mit Schütz von so ein paar Piranha fickern! Ja, ich komm schon! Fickern? Okay, aber wir haben bloß sieben Stunden Zeit für das Ei, ne? Ja, bis dahin haben wir nen Kühlschrank! Sterb! Sterb! Was heißt stirb! Alter! Was kann ich nicht heraus sein? Ich will Schwerter! Ich will Bogen! Ich will... Ich will... Du willst halt ein bisschen Damage machen! Bogen? Sag doch! Was kann ich dir machen! Sobald ich weiß wo ich bin! Ich kann's auch gleich! Ich muss mir mein Level abmachen! Ah, das ist doch kacken! Oh Mann! Jetzt kommt Dino! Oh Mann! Ist das ein Scheiß-East! Du Mist, Mongo! Leute! Lass uns mal... Mistige Becken bauen! Oh Leute! Sam, wer tut denn hier so Scheiße einsortieren? Das ist doch Kacke! Hä? Wie? Das ist ja Durcheinander! Boah! Ey Mann! Das ist Srivano! 100 Bruder! Das ist der einzige der mit mir hier drin steht! Ich bin gar nicht mehr im Haus! Ja! Du warst aber grad hier selber an den Schrecken! Ich hab Metall hab ich reingepackt! Ganz links! Du hast doch Steine uns ins Heiß reingepackt! Steine hab ich gar nicht mehr im Haus! Ja! Ich bin schon wieder tot! Sterben ist so schön! Ich hab's doch gesehen! Ich hab's doch gesehen! Ich hab das Ganze geworfen! Ich hab das Ganze geworfen! Kinder, das habt ihr Heid mit! Habt ihr Heid mit! Habt ihr Heid? Aber das ist ganz komisch mit der Spawnerei hier, ne? Was macht denn die Steine hier unten? Wir haben jetzt 76 Heid hier daheben! Äh, 76 sind gut! Vier mehr oder wärs dann noch besser? Hm... Aber wir haben auch, äh... Ich hab noch 8! Oh, das ist gut! Aber wie ihr jetzt noch sagt, vier Schinken schon! Ich hab noch 41! Vier Schinken? Oh, das ist geil! Da kriegt man drei komplette Betten! Was ist denn das für ein Scheiß? Was macht der ganze Fiber und alles hier ohne? Oben gibt's auch noch Zeug! Ja, Arschkrampen! Onkel hat grad eingeräumt! Achso! Hm, was ist das denn? Ey, Onkel komm mal hoch! Oben sind die dicken Behälter! Und der Nero ist schon wieder gestorben! Jaja, ich spawne jedes Mal hier auf... äh... West... Westzone... Westzone... West... Auf die East-West-Side! Und ja, they can't train! Ich denke mir, warum sind denn die Kisten hier so leer? Ja... Na, ich war's diesmal nicht, Onkel! Bin ich diesmal richtig? Wenn das Licht angeht! Bett 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 Dafür haben sie Suchfunktionen eingeführt Das wäre viel zu einfach, Jan Das wäre viel zu einfach Ja, für dich natürlich Vor allem ist es jetzt für dich noch viel spannender geworden Mit der Hülle und Fülle an Items, die du da lernen kannst Etliche mehr Etliche? Mit E oder mit H? Mit Doppel-Ä und Doppel-H Oh Gott So viel Oh, Trippel-Liche Oh, Trippel-Liche, oh Hä? Wozum ist jetzt Nein, ich Wollte nicht irgendeiner von euch ein bisschen was bringen So an H, 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 H Ja, schmeißt alles her Oder alles in die Kiste, Hauptsache zu mir Ja, es war ein Bett Was sind denn die sinnlösen Wardtrommeln? Äh, also die Kriegstrommeln Musik, zum Musikmacher Kommen da nicht die Dinos, weil du die anlockst wegen dem Lärm Ey Onkel, deine Freundin ist hier Jannik, hast du noch Heid? Er liegt hier in einer von der Kisten, äh, von den Kisten Es wäre sehr nett, wenn mir einer helfen würde, diese Piranha zu töten, dass ich mein Zeug wieder bekomme Meine Fresse Wo bist du denn? Der geht mir ja auch so Komm mal her, komm mal hier zu mir Guck mal, da ist sie Die rennt jetzt gerade wieder zurück Ich glaube, jetzt hat sie gecheckt Dass, ähm Au Dass sie das eine nicht mehr wieder kriegt Alter, du Penner Ich schau nicht jetzt dort Schau nicht dort Warte, schalt mir das zu, du dinges Ding Dann sag ich, ich geh mal wieder zur Seite Dann geh ich zur Seite und schlag mich die Scheibe Ich komm jetzt an, naja Ich mach dich dort Komm, helf mir Ich mach dich dort Komm, helf mir Komm her Nee, Quatsch So, Kinas Wir haben eine kleine WG hier oben Passt Eine WG, da wo wir alle wohnen WG, genau Wie geht's euch? Wie geht's euch so? Nee, wie geht's Wo denn? Wo, wo, wo bist du denn gestorben? Auf der anderen Flussuferseite Ja, ich auch Deswegen brauchte ich auch gleich mal Hilfe Bis jetzt, ich, man kann das jetzt euch wiederholen Voneinander gehen An, 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 wunderschön Mhm Oder falls ihr mein Zeug da unten seht Das ist halt, äh Über diesen Fluss Also mittendrin Muss halt mal gucken Das liegt da mittendrin So ein Schei Warte, ich guck mal auf der Karte Das müsste Wenn wir da sind Ähm Das müsste ungefähr Hier sind wir rein, hier sind wir rein, hier sind wir rein Komm mal raus Das müsste ungefähr auf der 3462 sein Da ist er, da ist er Unge, rechts vor dir Hinter dir Oh, danke So Habibi, 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 Habibi Das war der, das war der, der dich gestört hat Ähm, wenn du nichts hast, ja Okay Das ist noch einer Ja, hier ist, hier Das müsste, glaub ich, Nox sein Zeug sein Was, was mein'n Ist hier irgendwo noch ein, äh Hallo Noch, ne? Hallo, ne? Hallo, ne? Hallo, ne? Hallo, ne? Hallo, ne? Ach, hast mein, hast mein Zeug gefunden? Ja Ne, das ist noch einer Ne, das ist noch einer Ach, das ist noch einer Ach, das ist noch einer Ach, das ist noch einer Dero, hier ist dein Krempelz Ich hab grad'n Sarko seinen Rucksack gefunden Ja, jetzt weiß ich auch, warum der gestorben ist Ach, ich hab'n Die kriegen das gar nicht mit, oder? Was denn? Ja, ich hab'n Was kriegen wir denn nicht mit? Ach, die kriegen das ja gar nicht mit Was denn? Was denn? Was denn? Ja, was lustiges halt Was der, was der Onkel gerade gesagt hat Was hat der Onkel gesagt? Was? Ich kann er den wiedergeben, sag dann nochmal Onkel Was hab' ich denn gesagt? Was? 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 Egal, ich höre doch hier einfach die Aufnahmen an Wo ist meine Rüstung? Was hab' ich denn gesagt? Was hab' ich denn gesagt? Hab'n Läh, hast du gesagt, irgendwie so Hä? Sag mal, verstehst du mich nicht? Ne? Seit wann versteht dich einer? Jetzt versteht dich schon und ihr versteht mich immer noch nicht Aber wisst ihr, was ich aus dem Sarko rausbekommen habe? Ich hab' gekackt Ich hab' gekackt Das hier Beteil? Ja Ja Nierenstein So eine Frechheit aber auch Hab' ich das eingesammelt? Man, 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 ist das eine schwere Geburt hier Ja, man muss schon echt sagen, der Anfang ist hier echt schon ein bisschen krasser als beim normalen Irgendwie Ja Ach, jetzt läuft's doch Geht doch Jetzt wird's doch in Ordnung Jetzt haben wir alles Jetzt läuft's Jetzt läuft's Jetzt läuft's Ja, wir haben jetzt auch hier genug an Fächern und alles hier oben Ja Also an Gedönse Was können wir eigentlich als nächstes für einen Sattel basteln hier, Trike? Ich hätte noch ein paar Mörser dabei, wenn jemand Interesse hat Alter Grenadier Was? Er hat, er hat einen Mörser dabei Ja Genau die Sorte Mörser, die er gerade nicht meint Du alter Grenadier, du Aber die Kiste ohnehin mal weg Ich hab' euch was mitgebracht Es ist was zu essen, was zu naschen und zum anfassen Üheier Spiele Spaß Ähm Jetzt muss ich mal grad gucken Hast du die irgendwie benannt hier? Jo Hi Komisch graues Gedöns Was ist komisch graues Gedöns? Alter Ist das dein Ernst? Was ist das einzige Material, was du hier findest, was komisch, grau und Gedönse ist? Ich hab' nicht alle gelesen Ähm Lieber hab' ich auch, ja Was ist denn das komisch graues Gedöns? Ach Stein Hey du, lass mich doch mal Deja Vu Nur einer, nur einer kommt über diese, mit dieser Dummheit klar da Clevano, lass mich doch mal hier raus Nein, es ist vorbei Alter Alter Ich klatsch dich, du geiles Stück Elend, du Wenn ich mit dir fertig bin, wird man deinen Tanger finden Clevano ist ein Frauenschläger Alter, ist kein Witz, denn du Guck mal Onkel, guck mal schnell, bitte Onkel, guck mal Guck mal, wie der Nox ihn hängt, Alter Du bist Sachsen-Kasper, Alter Du bist Sachsen-Kasper, Alter Ja, ich komm Habt ihr Steenbären? Oder warte, ich mach gleich wieder auf Der Ferengi, Alter Wie der da hängt Guck mal, guck mal hier Guck mal hier Boah Albe Spagate Ferengi, ohne Witz Boah Boah Guck mal hier hin, bitte In die Ecke hier Boah Boah Ich fühl mich so matschig im Kopf Ja, die Alte hab ich ordentlich aus dem Schlachter gekloppt Diese Chitin-Rüstung, kann man die sich schon so bauen mit Chitin Oder brauchen wir da erst irgendwelche Wertbänder oder wie ein Kack? Ein Spaß, die Alte Ne, Chitin-Rüstung geht noch, ne? Noxy, ich hoffe, du kommst schnell wieder, ohne dass du jetzt in der Welt rumgeportet wirst Achso, okay Was glaubst du denn für Scheiß? Ich komm schon weiter in die Kisten um Willigstens gibt mir mal einer eine Antwort hier Das war der liebe Dynamo Was denn? Dankeschön Wasserstein Bitte Ich hab gefragt die Chitin-Rüstung Ob man die so bauen kann Oder ob man da eine Dings braucht Oder ob man da eine Eine Werkbank Ich ne, ich glaub da brauchst du eine Werkbank, oder? Ja Oder war eine Werkbank der Erstapital Ja, liebe Freunde, das ist das hier bei uns Chaos pur Chaos Ist das schön, ey Wir brauchen langsam einen Kühlschrank, wir haben ja einen Haufen Fleisch Ja, gibt's überhaupt einen Kühlschrank, ich weiß gar nicht Ja, natürlich Ja, Mittelalter, gibt's einen Kühlschrank? Ja Oh, das haben wir doch nicht, wir haben doch nicht das Dach entfernen lassen, wie bei, wie bei, bei Dings Das zeigt man auch gleich mal Und die wird bloß für den Kühlschrank brauchen wir auch Boom Das krieg ich jetzt lieber Oder? Aber nicht für den ersten Kühlschrank, man braucht bloß dieses andere Zeug Oh, no Noxy, du geiles Sound! Ja, ja Ja, Samenlern Herrlich Herrlich Ah, hier liegt doch auf dem Boot ne Leiche, ne? Ah, das ist der Sergeant Hm Darf ich den Kadaverkörper mal in die Bude reinschleppen, oder? Mach du Ja, komm mal her, Kadaver Dann werd ich erstmal die Leiche schicken Sag mal, Alter, zuerst kloppt der ne Frau fast tot und dann vergnügt es sich jetzt an der Leiche Sag mal, Onkel, was hast du denn da angeschleppt? Hm Bin mir jetzt auch nicht mehr so sicher, was das verändert Ey Ich leg den alten Lümmel mal in Warum stehen denn hier Kisten am? Achso, das ist für ein... Ach so, hier sind Beete, okay, hab ich verstanden Ah, ich hab'n mal reingelegt Halt'ich verstanden Pah-hah-hah-ha-hah-hah-hah Das ist der Schlimme durch. Noxy, komm mal her, schnell, komm mal schnell her. Noxy, schnell, bitte, bitte, bitte. Komm mal bitte raus. Warte mal kurz, ich... Bleib stehen wieder, Rewano, bleib stehen. Warum, was hast du denn? Bleib stehen. Komm mal schnell her, Noxy, guck mal Rewano an. Nein, guck doch mal zu Noxy, bitte. Äh... Nettes Backenpiercing. Alter, was hab ich denn jetzt wieder am Back, oder was? Haha, das ist mein Thumbnail. Haha, haha. Wie geil. Hast du mir... Nee, nö, ist alles in Ordnung. Was lacht der denn so dreckig, ey? Ich weiß das noch nicht, ich weiß, dass da was in mir steckt, aber warum... Ja, ist nur ein kleiner Splitter, ist nicht schlimm. Ach, nee, war nicht weiter. Ist nur ein Splitter. War nicht schlimm. Das sagt er so einfach. Äh, Rewano? Hm. Juck dir dein Ohr, kann das sein? Ich hab ein Wattestäbchen reingesteckt. War doch ein Wattestäbchen, oder? Haha, ja, ja. Das war ein Wattestäbchen. Ein Stangenstäbchen. Alter, wir hatten jetzt die Leiche wieder bewegt hier. Deine Mutter. Was? Die macht sowas nicht, die hat Anstand. Die wirft die Hülse ins Feuer, die Leiche. Ja, ich hab's ja versucht, aber es ging gar nicht. Du musst die Beister zerstören. Du spielst hier gerade echt am Knubbel, was ich jetzt machen soll. Ja, ich würde sagen, wollen wir jetzt einen Stacheldraht-Zaun oder ein Empire State Building bauen. Mein Gott, was blödes Vieh ist, verpiss dich da. Alter. Der Neo rastet wieder aus da hinten. Na, die Tür zu ist, ist kalt, ja. Bleib am Ast hängen, aber renn durch Bäume durch. Ist doch nicht immer normal, Alter. Hörste, aus dem Wald, der Dinosaurier, Nerosaurier. Hier, wer Fleisch... Ey, mal ganz kurz, wer Fleisch braucht, der soll sich hier unten bedienen. Hier liegen noch 30 Stück im Feuer. Ja, das ist schon. Ist doch der Wahnsinn. Ist doch der Neweglischweig. Ich will Nackro-Bäris, ich will Atombomben, Alter. Gib mal Atombomben. Atombären, Atombären. Was? Atombären? Atombären, nein. Atombären, nein. Was stand auf dem Schild? Nein, nein. Mann, die Bären haben so ein Grashandbleibchen, aber rennen durch Bäume durch. Alter. Das ist doch nicht mehr normal, ey. Aber die Atombären strahlen. Über Freude. Ich strahle auch gleich. Mhm. Guck mal, der Mond schreit auch wie so ein Scheinwerfer, ey. Wahnsinn. Der schreit wie ein Scheinwerfer. Wow, also jetzt bin ich echt... Der schreit wie ein Scheinwerfer. Alter, Noxi, du solltest mal auch so ein Bateschiff vorstecken. Du solltest dir auch mal so ein Bateschiff vorstecken. Ah, jetzt kommen wir es doch. Siehst du? Onkel weiß Bescheid. Ne? Sag ich doch. Ich weiß Bescheid. Ich geh mal den Geiserich auf den Geiserich. Du bist doch gar nicht Onkel, du Vogel. Was? Er ist doch noch nicht Geiserich, du Onkel. Du Onkel. Halbblanzschreib. Hallo. Ballert, ich raste aus hier. Ich hau den Karol. Ja, hab ich gesehen, ey. Wieder so ein Wattestäbchen im Ohr, ey. Diesmal hängt es in meiner Brust. Hängt auch meine Lebensenergie. Die ist nicht mehr so gut. Was ist eigentlich los mit euch? Ihr habt da irgendwas geschissen. Ne, wir kennen dich. Das reicht. Time for the days. Ja, hier ist meine Leiche. Zum achten und millionsten Mal heute. Was, nur? Acht und millionsten Mal. Ja. Okay. Deine andere Zahl dir das genau definiert. Äh, zwei. Ich glaube, dass ich gehört hinkomme. Janik, du hast da den Bogen, oder? Ja. Aber, Kines? Ich hab ja nur 19 Pfeile für dich. Kines, den Bogen kriegst du erst in der nächsten Folge. Okay. Gehen wir gleich im nächsten Part wieder auf die Jagd. Nach Fleisch. Den nächsten Part. Ja. Den gibt's gleich. Macht's gut, Leute. Bis denn. Tschüss. Bis denn. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.